I'm something different, das waren die Worte, die Ghostface zu Gail Weathers im Scream 6 Trailer gesagt hat, auf Deutsch übersetzt mehr oder weniger, ich bin etwas Besonderes. Und durch die Szene, aber allgemein durch den ganzen Aufbau des Trailers, hatten viele Fans der Filmreihe die Hoffnung, okay, jetzt kommt ein Riesenknüller, sie bringen einen OG-Killer zurück oder es passiert irgendwas ganz, ganz Gewaltiges. Das gleiche habe ich gedacht und deswegen hatte ich damals ein Video dazu gemacht. Meine Theorie war, dass du als Ghostface zurückkommst. Und ob diese Theorie stimmt und wie meine Meinung zu Scream 6 war, das gibt es in diesem Video. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, zurück aus dem Krankenbett. Letztes Wochenende kamen ja leider keine Videos. Das tut mir, nochmal gesagt, sehr, sehr leid. Ich habe es wirklich versucht, aber es ging gar nicht. Ich hatte quasi keine vernünftige Redestimme und ja, aber ihr habt es ja alle relativ gut aufgenommen. Und danke für die Glückwünsche und an der Stelle nochmal ein persönliches Danke an 500 Abonnenten auf diesem Kanal. Aber jetzt genug herumgeschwätzt und wir starten direkt ins Thema. Und ja, es ist Scream 6. Vorab möchte ich hier eine Spoilerwarnung anmerken, denn ich werde hier in dieser Review spoilern. Hiermit seid ihr gewarnt, dass es... Es kannst du spoilern zu Scream 6 kommen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Fangen wir, wie es sich gehört bei einem Scream-Film mit dem Anfang an und der war, muss man sagen, something different. Komplett anders. Komplett anders, denn es war eigentlich eine ähnliche Szene. Ghostface ruft jemanden an, mehr oder weniger, lockt diese Person irgendwo hin oder man redet mit ihm und währenddessen schleicht er sich potenziell ins Haus und wird einen abstechen. War hier anders, denn der erste Anruf von Ghostface war nicht mit seiner Ghostface-Stimme, sondern die Stimme eines normalen Menschen, eines normalen Mannes, der sich mit einer Frau verabredet hat und diese er dann auch umbringt. Er ändert dann im Verlauf des Gesprächs die Stimme zu dieser typischen Ghostface-Stimme und führt sie in eine Seitengasse und sticht sie ab und zieht dann direkt vor der Kamera seine Maske aus. Und da war natürlich allen wahrscheinlich klar, okay, das ist nicht der Ghostface, um den es in dem Film geht und das ist auch nicht der Startkill, die Startsequenz des Films. Und wir sollen auch recht behalten, denn dieser nette Herr Killer geht nun nach Hause, hat anscheinend einen Kumpel, mit dem die zusammen sowas geplant haben, sind sehr große Ghostface-Fans und wollten, glaube ich, Terra und Sam umbringen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall ruft dann sein vermeintlicher Kumpel an mit der typischen Ghostface-Stimme, aber hier merkt man vor allem in der deutschen Fassung schon, okay, der Stimmverzerrer hört sich alt an. Es ist so ein bisschen kratziger, es ist nicht dieses 100% cleane und da hat man schon gemerkt, okay, das ist nun unser Original-Ghostface. Auf jeden Fall, er treibt Spielchen mit ihm und am Ende des Tages macht der Typ kurz seinen Kühlschrank auf, sieht die Leiche seines Freundes und unser Ghostface mit einer ramponierten Maske, mit einer Oldschool-Maske kommt der dicht hinab und somit haben wir den Start von unserem Film. Nun geht es natürlich in die Handlung, wir sehen Terra, wir sehen Sam und die Unternehmen verschiedene Dinge. Sam ist ein bisschen in der Therapie, Terra versucht ein normales Leben zu führen, geht auf eine Halloween-Party oder zumindest auf eine Kostümparty von einer Studentenverbindung. Und das ist lustigerweise, Terra wird ja von Jenna Ortega gespielt und die ist ja auch bekannt geworden oder wirklich ihren, ich denke mal, ihren großen Hype hat sie bekommen mit unterdurch halt Wednesday und da ist ein kleines Easter Egg in dem Film. Und zwar läuft da so ein Mädel in einem Wednesday-Cosplay oder Kostüm eher gesagt um die Ecke. War ganz kurz angeknackst und ich habe es gesehen und dachte mir so, cool, war so eine Kleinigkeit, die ich bemerken wollte. Wir erfahren Höhen und Tiefen von den beiden, Denn am Ende von Scream 5 wird quasi Spider-Man Far From Home rausgeholt und zwar wird das alles so gedreht, als wäre Sam und Terra, beziehungsweise Sam, die Böse und hätte, ich habe den Namen von dem Freund vergessen, der halt aus Scream 5, halt die Killer, hätte sie umgebracht, da ja nun mal ihr Vater Billy Loomis ist und mehr oder weniger ist sie nun als Böse dargestellt worden, obwohl das nicht der Fall ist und damit müssen die beiden auch irgendwie leben. Wir sehen natürlich auch, die Freundesgruppe ist gleich geblieben, es sind ein paar neue Leute dazugekommen, man kennt die typischen, stereotypischen Charaktere, die irgendwann sowieso ableben werden oder potenzielle Killer sein können, denn traue niemals deine nächsten Regelnummer, weiß ich nicht wie viel, aber ne, ihr kennt's. Auf jeden Fall führen die da ihr Leben so vor sich hin und natürlich passieren dann halt auch, sie bekommen mit von den Ghostface-Angriffen hier und da und der neue Ghostface greift auch schon an, dann kommt die Szene aus dem Trailer in diesem Coffeeshop oder in diesem Einkaufsladen mehr oder weniger und hin und her und hin und her und natürlich kommt dann auch Gale Weathers um die Ecke und hier muss ich sagen, sie haben Gales Charakter auf Scream 1 zurückgesetzt. Sie war am Ende von Scream 5 für mich einfach vollkommen satt, ist hinter sich gelassen, dieses, diese Kala Kolumna Rasen Reporterin mäßige, dieses okay, ich stelle eine Story über alles, hat sie hinter sich gelassen, ist über den Schatten gesprungen so mehr oder weniger, ist anders geworden nach dem Tod von Dewey sowieso und was haben sie hier gemacht? Ja, sie hat wieder ein Buch geschrieben, worauf dann jetzt hier das hier wieder basiert, mehr oder weniger, weswegen Tara und Sam auch richtig angepisst auf sie sind. Wir bekommen auch den typischen Gale Punch ins Gesicht, nicht von Sam, weil da weicht sie aus, aber Tara zieht dann hinterher und das war cool, aber ich find's komisch, das ist mit Gales Charakter, das hab ich nicht verstanden, warum sie wieder, wieder als die doofe Reporterin, die dann halt doch irgendwie, also irgendwie, keine Ahnung, die Charakterentwicklung wird immer wieder zurückgesetzt, fand ich ein bisschen doof. Mindy und Chad fand ich tatsächlich schon in Scream 5 sehr geil als die typischen Film-Nerds in Scream, weil da gibt's ja immer Leute, die das sind, die dann hier die Regeln erklären, die sagen, okay, so läuft es in Horrorfilmen ab und ich find die beiden bilden auch ein super Dream-Team, das passt übel gut, ich mag die und vor allem Mindy ist das auch immer so euphorisch und die erzählt das immer so mit richtig elanisch, ich feier die beiden. Aber Chad und Tara sind irgendwie ineinander verknallt und das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, warum, für mich passt das nicht. Irgendwie, das ist so, ich hab bei denen immer so mehr die Geschwister-Gefühle gehabt, aber nee, jetzt ist es auf einmal, nee, ganz komisch, aber gut, ne, sollen wir das mal so stehen lassen, aber fand ich komisch. Dann haben wir natürlich, wie im Trailer schon gezeigt, die gute Kirby kommt zurück. Wie und warum sie in Scream 4... 4? 4 überlebt hat, war es 4? Ja, es war 4. 4 überlebt hat, ich hab keine Ahnung, Plot-Armor des Todes wahrscheinlich, aber sie ist FBI-Agentin. Warum? Vor allem so schnell und da muss ich Geld zustimmen. Und sie ist doch quasi noch ein Kind, wie ist es passiert und es, keine Ahnung, war komisch, aber schön sie zu sehen. Ich mochte die damals, äh, ist so einer meiner Lieblingscharaktere aus Scream 4 gewesen. Und ja, sie ist halt wieder back. Kommen wir aber jetzt nur mal ein bisschen näher auf Ghostface. Und zwar die alte Oldschool-Maske, die man im Trailer sieht, wo man sich dachte, okay, krass, da ist halt einer, der diese Oldschool-Maske hat und vielleicht halt noch ein oder zwei andere, die vielleicht auch normale Masken haben. Hat sich dann herausgestellt, dass das halt alle alten Ghostface-Masken sind. Und es ist mehr oder weniger aufgebaut wie ein Easter Egg-Schnitzeljagd. Es sagt auch Mini mehr oder weniger, es hinterlässt mehr oder weniger Easter Eggs. Denn an jedem Tatort wird eine Maske zurückgelassen von einem der Killer der früheren Teile. Was ich super geil fand, weil halt so alle Killer nochmal aufgerollt wurden. Und wenn sie nur kurz erwähnt wurden, war für mich pures Gänsehautgefühl. Weil man halt immer drauf gewartet hat, oh mein Gott, wann kommt die Maske? Wann kommt die Maske, auf die wir gewartet haben? Das war in meinem Fall tatsächlich nicht Billy Loomis-Maske, weil für mich ist Billy Loomis fucktot. Das war dann nämlich Stoos-Maske. Und ja, das war halt schon so ein, es war geil. Dieses Easter Egg-Schnitzeljagd-mäßig mit den Masken fand ich saugut. Weil dadurch könnte es einfach ein perfekter letzter Film sein, weil es halt so dieses nochmal, wir rollen nochmal alles kurz auf, um dann halt in einen Punkt zu finden. Fand ich geil. Wäre für den letzten Teil eine übelst gute Vorlage. Ja, wir bekommen ja definitiv, das ist ja schon Fakten, noch ein Teil 7. Auch jetzt ohne Teil 6 zu wissen, es kommt nochmal Teil 7. Und es ist auch wahrscheinlich Fakt, dass wir immer weiterhin Scream-Filme bekommen werden, weil das halt ein Klassiker ist, der niemals aussterben wird, weil es einfach genial ist. Da wird auch nochmal ein extra Video zukommen. Die Faszination von Scream, beziehungsweise Ghostface an sich, weil das ist halt wirklich ein Genre im Horrorfilm, was super interessant ist, weil es sich so lange hält. Es ist interessant, kommt irgendwann mal ein extra Video zu, ist schon in Planung. Der Ghostface-Schreien war auch unfassbares Gänsehaut-Gefühl, weil halt so viele Sachen ja da waren. Das waren ja die Original-T-Shirts, das Original-T-Shirt von Billy Loomis, der Anzug von Stu aus dem ersten Teil, dieser Bademantel, der Fernseher, von der Stu getötet hat. Alles aus allen Filmen waren die Messer, die Klamotten, die Masken, in dem Fall halt nicht im Schrein, weil sie ja verteilt wurden. Es war alles da und war halt einfach wie so ein Museum für Scream und auch mit diesen Zeichnungen, wie die Morde passiert sind. Supergeil, das würde ich mir am liebsten wirklich, also wenn der Film auf Netflix und so rauskommt, würde ich mir jetzt wirklich auch mal Film, also Frame für Frame, ob auf Netflix weiß ich gar nicht, wo auch immer der rauskommen wird, Frame für Frame wirklich mal angucken, um halt zu sehen, was da wirklich alles für Easter Eggs sind, weil das ist super cool und super interessant gewesen, weil es so nerdy Stuff war, fand ich super genial. Apropos nerdy Stuff, dann haben Mindy und Kirby kurz mal so einen Nerd-Geek-Battle. Sie stellen sich gegenseitig so Fragen, so hier, welches der und der von dem und der Filmreihe der beste Teil, antworten gleichzeitig hin und her und man sieht so, das sind so zwei Charaktere, die sich halt so dieses Nerd-Stuff mit auseinandersetzen und da hat so ein kleines Battle oder zumindest zu checken, okay, sind wir auf Augenhöhe, fand ich super geil, weil ich das super relaten kann, also ich bin ja auch so ein Mensch, ich bin ja auch so ein Mensch, der sich dann so hinstellen könnte und so, was ist eigentlich dein Lieblings-Avengers-Film, so der Film, okay, geh mal weg, so nach dem Motto, fand ich super cool, war es so super kurz, auch eigentlich unauffällig und unrelevant, also es war nicht relevant, aber es war einfach nur cool für mich, ich fand es persönlich super lustig, die Szene. Und dann kommen wir zum Scream-üblichen Twist-Getwiste und es geht hin und her. Er ist der Killer, sie ist der Killer, er ist der Killer, sie ist doch der Killer, nein, er ist doch der Killer und sie ist doch der Killer und hier in dem Film wurde es zu oft rumgegeben, finde ich, es wurde einmal zu oft rumgereicht und ich muss sagen, im Nachhinein war mir der Hauptkiller, nenne ich es jetzt mal, war mir vom Anfang an klar, weil es nicht mehr direkt offensichtlich war, sondern es war halt irgendwie, dieser Charakter hat so gewirkt von Anfang an. Und ja, dann kam es natürlich zur Enthüllung und es kam raus, dass natürlich wieder der Dorf-Sheriff mehr oder weniger, der war nun mal einer der Killer und seine zwei Kinder, einmal die Mitbewohnerin, die kurz vorher eigentlich abgemetzelt wurde, was natürlich gefaked war und einmal sein Sohn, der auch im Freundeskreis war, heißt im Prinzip zwei Freunde aus dem näheren Kreis, waren in dem Fall die Killer. Und Plot, Plot, Plot Twist, es sind die Geschwister und er ist der Vater von Ritchie, so hieß der, aus Scream 5 und haben mehr oder weniger Rache für Terra und Sam geplant und auch dieses Gerücht, dass Ritchie von Sam umgebracht wurde und Sam mehr oder weniger ausgerastet ist und das alles auf ihrem Mist gewachsen ist, haben die auch in die Welt gesetzt. Das heißt, es ist für mich, finde ich, der erste Scream-Teil, wo ein verständliches Motiv hinterlegt ist. ist so für mich so, ah, okay, ich verstehe, ihr macht es, weil ihr wollt euren Sohn rächen. Und nicht so, wir wollen einen guten Film haben. War mir ein bisschen wenig, aber in dem Fall war es halt echt gut und das war so anders halt. Auch dass es drei Ghost Faces mehr oder weniger waren, war super speziell. Aber an für sich muss ich sagen, die Wahl der Killer hat mir nicht gefallen, weil zum einen die zwei Freunde aus dem Freundeskreis waren zu irrelevant. Es waren Charaktere, mit denen hatte man halt, keine Ahnung, die hatten für mich keinen Grund. Der Vater, okay, aber die Kinder, warum die mitziehen, irgendwie unfassbar weird und komisch. Ich muss sagen, ich hätte es okay gefunden, wenn dieser Vater das mit einem Sohn oder einer Tochter gewesen wäre, aber der OG-Killer, den wir aus dem Trailer gesehen haben, eventuell wirklich Stu gewesen wäre, weil, in meinen Augen, Stu eigentlich nicht offiziell Horrorfilm-Regeltod ist. Und man muss sagen, das wäre tausendmal besser gewesen. Weil stellt euch nun mal vor, am Ende, oh, Masken-Reveal, oh nein, es ist der Vater von Richie und seinen Bruder oder seine Schwester. Oh nein, oh nein, und auf einmal kommt ein dritter Ghost Faces von hinten, sticht die beiden ab und dann geht quasi der große Endfight los und da kommt dann raus, dass es Stu ist. Wäre unfassbar gut gewesen, super genial, weil, keine Ahnung, ich muss sagen, da hat der Trailer uns auch sehr stark verarscht, finde ich. Vor allem im Englischen, im Deutschen sagt Ghostface am Telefon zu Gale, was ja auch nur im Trailer zusammengeschnitten ist, diese Szene, so wie wir sie im Trailer hören, ist im Film nicht vorhanden. Im Deutschen sagt Ghostface zu Gale, ich bin etwas Besonderes. Und das macht irgendwie schon Sinn, weil er zum einen das erste Mal, dass Ghostface ein Motiv hat, zum zweiten ist es, okay, es sind nochmal die vom Teil 5, die haben was mit denen zu tun und halt irgendwie, sie haben halt ein noch krasseres, krankeres Spiel daraus gemacht. Aber wenn man sich den englischen Trailer anhört, wo Ghostface sagt, I am something different, was ja heißt, ich bin etwas anderes und nicht was Spezielles, sondern was anderes. Aber ich finde dieses something different war für mich so, ich weiß nicht, es wäre krass gewesen, wenn wir einen OG-Charakter gesehen haben, weil im Prinzip haben wir jetzt dieses, oh, ich bin was Neues, was ganz Spezielles. Ja, es sind trotzdem nur drei random Leute, die halt eine Ghostface-Maske aufhaben. Es ist nicht so, dass jetzt ein großes Comeback von irgendwem kommt. Der Trailer hat für mich, mir persönlich, irgendwie zu viel gesagt, okay, hier kommt was ganz, ganz Spezielles und es ist am Ende trotzdem ein stinknormaler Scream-Film. Versteht ihr, was ich meine? Abgesehen davon bekommen wir ja auch im Battle zwischen Mindy und Kirby kommt ja ein ganz kurzer Funfact zu Stu, wo Mindy glaubt, war Mindy? Ja, Mindy hat es gesagt so, wenn man glauben mag, dass er tot ist, das war halt auch so ein kleiner Wink, oh, ist es vielleicht doch Stu? Vielleicht doch, ja, nein, doch, vielleicht nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir dann auch einen Kill bekommen, eines Ghostface, einen endgültigen Horrorfilm-Tod von dem Bruder von Richie, denn er ist auf gleiche Art und Weise gestorben wie Stu damals. Er hat den Fernseher auf den Kopf bekommen und es hat hier in dem Fall auch als offizieller Horrorfilm-Kill gezählt. Heißt, wahrscheinlich ist du wirklich tot und wir werden ihn nicht zu sehen bekommen. Finde ich schade, natürlich kann es immer noch möglich sein, aber für mich war das halt dieses, okay, wir töten nochmal einen mit einem Fernseher und der wird werben und der ist definitiv tot, damit wir jetzt endlich sagen können, okay, es ist definitiv Stu ist tot. War für mich so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall. Zwischenzeitlich wurde Mindy ja abgestochen, dass sie überlebt hat, okay, ist okay, komme ich mit klar. Aber Chad wurde mehrfach von zwei Leuten, von zwei Ghostface unfassbar oft abgestochen. In die Brust, in den Bauch, der war für mich tot und das wäre für mich okay gewesen, weil Terra hätte ein starkes Motiv in Teil 7 gehabt, um irgendwas krasses zu machen, weil sie ja nun mal irgendwie zusammen sein wollten. Aber nein, Chad überlebt wieder und das war wirklich, nee, das war zu viel. Es wäre super geil gewesen, Mindy auf Rage aus, Terra auf Rage aus, weil Chad gestorben ist, wäre super cool gewesen, weil es halt beide als Ghostface in Teil 7 möglich gemacht hätte und so nicht. Chad überlebt ungefähr 25 Stiche in das Herz, in die Lungen, in den Bauch und sitzt dann da, liegt dann auf der Liege, macht Yay, Party und nee. Also das war ein Tick zu viel, muss ich sagen, der hätte tot bleiben können. Ja, Gail wurde ja zwischenzeitlich auch abgestochen, man hat Götzis auch am Leben, Kirby lebt auch und ja. Und nochmal auf Mindy und Chad bezogen, man muss jetzt hier sagen, es ist was sehr, sehr Neues. Die Nerds haben somit zwei Filme überlebt und auch zwei Angriffe überlebt. Bedeutet, die müssen in Teil 7 einer von denen sterben oder Ghostface werden, weil wir haben in jedem Scream-Teil bis jetzt immer, der Nerd ist gestorben, zumindest augenscheinlich, Kirby ist ja auch nicht direkt gestorben, aber augenscheinlich gestorben, zumindest mal abgestochen worden und das hier ist jetzt zweimal hintereinander, haben sie überlebt. Unrealistisch für Scream oder untypisch für Scream, deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, bekommen wir nochmal bei denen definitiv einen Traueraspekt in einem Tode zu sehen. Hoffe ich, weil sonst wäre es wirklich drei Filme angegriffen werden von Ghostface und überleben, das wäre too much. Ja und somit wären wir mehr oder weniger am Ende meiner Review. Und ich belotete oder bitte punkte den Film jetzt, Roma, und würde sagen, wenn ich dem einen Punktstand von 0 bis 10 geben müsste, er war schon gut. Und ich sag, die neuen Scream-Filme sind auch stark und es übertrifft nichts, Teil 1. Stu und Billy Loomis, die einzig waren Ghostface, aber der hier war in der Hinsicht für mich ein bisschen enttäuschend, weil er nicht das gebracht hat, was mir im Trailer zumindest augenscheinlich angekündigt wurde. Weil man hat gesagt, im Trailer es ist was Neues, es ist was Besonderes, es wurde ja ganz, es wurde ja so aufgebaut. Tja, es ist was ganz Besonderes, hier hatten wir noch nie. Und am Ende waren es halt einfach wieder nur random Leute, die sich eine Ghostface-Maske aufgezogen haben, vielleicht hier in dem Fall mit einem Motiv, aber es war nichts Besonderes Neues, für mich persönlich. Wie ihr das seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr ihn gesehen habt. An für sich würde ich dem aber schon sagen, ist eine 8 von 10. Auf jeden Fall 8 von 10 geben. Teil 5 hat mir dann sogar ein minimales bisschen, glaube ich, besser gefallen, weil ich da diese Billy Loomis-Stu-Haus-Szene so krass fand. Also wie das halt wirklich in Stus Haus wieder war. Weil das war halt einfach ein Throwback zu Teil 1 ein Direktor, weil da war ja auch der Endkampf und es war einfach gut. Und hier in dem war es halt, ja, nicht so gut. Aber 8 von 10 Punkten auf jeden Fall. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wenn wir Stu bekommen hätten, muss ich sagen. Vor allem, weil er ja geplant war, nochmal zu leben oder nochmal wiederzukommen. Ich glaube, in Teil 3 sollte er wiederkommen. Haben wir nicht bekommen. Finde ich schade. Hätten sie so machen können, wäre krass gewesen. Aber vielleicht bekommen wir das ja in Teil 7. Obwohl ich sagen muss, wie gesagt, die Fernseher-Kill-Szene im Teil 6 jetzt, war für mich wirklich eigentlich so der Wink mit dem Zaunfall hier. Nun, dieser Ghostfest ist tot. Heißt, ihr könnt euch damit abfinden. Stu ist in Teil 1 auch endgültig definitiv Fakt gestorben. Ja, jetzt habe ich genug geschwafelt und würde die Frage jetzt mal an euch geben. Und zwar, wie fandet ihr Scream 6, falls ihr ihn gesehen habt? Sagt doch gerne mal, was würde euch am meisten freuen, jetzt in Scream 7 zu sehen? Wäre wirklich so ein Comeback von Stu, wäre das was? Ich glaube schon, weil ich fände es echt gut. Es soll ja in Teil 7, soll ja dann auch wieder Sydney zurückkommen. Und in dem Fall wäre halt ein Zurückholen von einem OG-Killer wirklich nicht verkehrt. Aber auf der anderen Seite wäre das halt auch so ein mentaler Abschluss vielleicht für den Film, was sie halt nicht machen wollen. Sie wollen immer wieder frische Killer reinbringen, damit es auch einfach ewig weitergehen kann. Aber ja, irgendwie, ne? Ich hätte es du gut gefunden. Ich hätte es krass gefunden. Einfach heftig. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Hier gibt es halt jedes Wochenende, außer ich bin krank. Eigentlich immer zwei Videos zu Filmen, Serien, Theorien, Leaks, alles mögliche, Reviews. Und wenn euch sowas interessiert, lasst doch gerne ein Abo da und checkt den Kanal sehr gerne aus. Und ich würde jetzt direkt auch schon mal erwähnen, am Sonntag kommt mal ein spezielleres The Walking Dead Video. Und zwar kommt ein Infovideo, was sich auf die Michonne und Rick Serie beziehen wird. Denn da haben wir ja schon einige Leaks zu bekommen oder einige, was heißt Leaks, Bilder. Und dazu habe ich so meine Theorien. Und das wird mal ein vielleicht aufwendigeres Video zum Recherchieren, würde ich sagen. Weil da sehr viele Theorien mir im Kopf rumschwirren. Und das werde ich dann in diesem Video zusammenfassen. Heißt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren. Dann wisst ihr Bescheid. Das nächste The Walking Dead Video am Sonntag mit den Infos zur Rick und Michonne Serie. Und dann würde ich einfach nur noch sagen, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Ich stand nach wie vor auf derselben Couch. Und bis dahin bin ich aber erstmal raus. Ciao.